Hallo, ich fahre gerade in der Stadt bei Primark und habe auch einen Primark Call für euch. Und ich wurde so ein bisschen inspiriert von Katrin. Die hat mich auch vor kurzem in einem Primark Call hochgeladen. Den werde ich mal hier oben irgendwo verlinken. Und da hatte ich total Lust zu Primark zu fahren und neue Klamotten für die Kinder zu kaufen. Also ich selber kaufe mir da eigentlich nie so richtig Klamotten, aber für die Kinder kaufe ich da gerne. Weil es einfach günstig ist und die Qualität okay ist. Und ja, ich zeige euch mal was ich gekauft habe. Aber es sind insgesamt glaube ich 87, nee 78 Euro gewonnen, genau. Und ich stelle mal die Sachen hier auf den Boden. Fangen wir mal mit dem größten an. Das ist mal nichts für die Kinder. Das ist, ich kriege das gar nicht raus hier. Ja, das sind Kissen. Und zwar sind das zwei Stück und ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Das ist so ein richtig kuscheliger Stoff. Ich bin was Kissen und was Stoffe angeht eigentlich sehr empfindlich. Also ich mag nicht jeden Stoff. Aber dieser Stoff ist so, ich kann das gar nicht sagen, so ein Nicky-Stoff heißt das glaube ich. Und ich dachte mir, dass das vielleicht hier auf der Couch oder so ganz schön ist oder auch auf dem Bett. Man kann das auch hier mit dem Reißverschluss dann halt auch machen und waschen. Und die beiden zusammen haben 10 Euro gekostet. Und ich finde das geht. Also 5 Euro pro Kissen. Es gibt ja wirklich Kissen, die kosten schon 12 Euro ein Stück oder so. Und deswegen finde ich, zwei Stück für 10 Euro geht auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, ob die jetzt auf dem Bett landen oder auf dem Sofa. Und dann habe ich hier nochmal zwei Hosen. Die hatte ich schon mal oder die habe ich schon in einer anderen Größe für Ben gekauft. Und zwar sind das diese hier. Also die kennt ihr bestimmt. Das sind einfach so ganz normale Jogginghosen. Zwei Stück. Also einmal in so einem Grau und einmal in Schwarz. Die haben hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier so noch so eine Art, nicht Muster, sondern so eine Naht. Aber ich finde die ganz cool. Die sehen so ein bisschen chillig aus. Die habe ich diesmal in der Größe 92 gekauft. Also Primark fällt immer ein bisschen kleiner aus. Aber die Hosengröße hat Ben noch irgendwie mal kleiner als oben rum. Die haben 7 Euro gekostet. Also 3,50 Euro pro Hose. Und das finde ich, das geht. Deswegen werde ich jetzt erstmal die anderen Hosen, die sind ja quasi die gleichen, einfach aussortieren. Weil die schon ziemlich eng sitzen und so langsam im Hochwasser werden. Ich weiß leider nicht mehr, welche Größe das war. Ich glaube 74 oder sowas. Also ich habe nicht eine Nummer größer genommen. Ich habe gleich ein paar Nummer größer genommen. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall werden die ausgetauscht. So, dann habe ich was für mir. Einmal eine Strumpfhose. Das sind drei Stück. Ich hoffe, sie passen. Hier steht 5 bis 6 Jahre und 116 drauf. Die Primark Größen sind immer anders. Aber die Hosengrößen ist mir schon mal aufgefallen. Das passt. Und ich hoffe, das passt auch. 116. Die haben auch 7 Euro gekostet. Für drei Stück finde ich, das geht eigentlich auch noch. Die finde ich, die sind auch ganz gut. So, die ist halt so, das sieht jetzt richtig rot aus. Aber das ist eigentlich nicht so ein leuchtendes Rot, sondern eher so ein Weinrot mäßig. Und dann halt so ein rosa und so weiß mit so Blümchen drauf. Das hier sieht viel roter in der Kamera aus, als es wirklich ist. Und die haben hier so eine Art Strickmuster oder so. Das fand ich ganz niedlich. Kann man vielleicht auch mal mit einem Rock oder so anziehen. Auch wenn Mia kein Rück hat oder Kleid. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich die süß. Und deswegen habe ich sie mitgenommen. Dann habe ich hier Socken. Ich habe noch irgendwo anders Socken für mir. Auf jeden Fall sind das ganz normale Socken. Für 3,50 Euro. Das sind 5 Paar. Und die vom Primark, die Socken, die kaufe ich eigentlich immer. Weil die sind von der Qualität in Ordnung. Und Mia wächst da so schnell raus. Und die gehen so schnell kaputt. Oder man verliert so schnell eine Socke. Da lohnt es sich gar nicht, irgendwie so Qualitätssocken zu kaufen. Diesmal habe ich sie in der Größe 31 bis 36 gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die zu groß sind. Ich bin der Meinung, dass ich das letzte Mal irgendwie Größe 27 bis 30 gekauft habe. Und ich glaube, dass die irgendwie zu klein geworden sind. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hat Mia noch ganz viele Socken, die irgendwie einzeln sind. Oder die schon zu klein sind. Deswegen habe ich einfach mal diese hier gekauft. Ich hoffe, die Größe passt. Aber falls sie nicht passen sollte, dann wächst sie da ja Gott sei Dank rein. Ist jetzt also nicht so tragisch, falls sie wirklich zu groß sein sollten. Und hier seht ihr doch auch nochmal diese ganzen Muster drauf. Also mir war es wichtig, dass sie nicht zu weiß sind. Weil weiße Socken werden immer ganz schnell dreckig. Und deswegen habe ich hier das einmal eine weiße Socke. Und die anderen sind alle so blau. Und dieses, was so gelb aussieht, das ist eigentlich gold und glitzert. Das fand ich auch ganz süß für 3,50 Euro. Also ich habe hier einfach noch ein zweites Teil Socken. Aber das finde ich jetzt gerade nicht. Machen wir mal mit den Schlüpfern weiter für Mia. Da habe ich My Little Pony Schlüpfer geholt. Ja, Mia hat zwar noch ganz, ganz viele Schlüpfer. Aber die ribbeln sich entweder auf oder die sind teilweise wirklich schon zu eng. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht, ich kaufe nochmal welche. In der Größe 128. Das steht 7 bis 8 Jahre. Ich habe die mal so rausgeholt ein. Also die sehen jetzt nicht so aus, als ob die einem 8-jährigen Kind passen würden. Ich weiß es nicht. Ich habe sie einfach mal geholt. Ich hoffe, sie sind nicht zu groß. Aber wie gesagt, wenn die Sachen zu groß sind, dann kann sie die ja später nochmal tragen. Sie wächst ja rein. Ja, ich weiß nicht. Ich habe 122 rausgeholt und dachte mir, nee, das ist eigentlich zu klein. Man kann das ja auch immer so schlecht einschätzen. Also ich kann das total schlecht schätzen. Früher, als Mia ein richtiges Baby war, da ging das total ab. Ich habe geguckt, ob die auch passt. Jetzt ist das total schwierig. Und gerade bei Primark, das verunsichert einen so, dass er 7 bis 8 Jahre war. Aber ich glaube, die passen jedenfalls. Haben 5 Euro gekostet und sind 5 Schlüpfer. Also 1 Euro pro Schlüpfer. Ich finde das teuer eigentlich. Da gibt es auch noch Schlüpfer, wo dann nicht irgendwas von Disney oder so drauf ist, sondern einfach so, keine Ahnung, ein rosaner Schlüpfer. Aber die sind dann, ich glaube, die kosten dann 4 Euro. Aber ich dachte mir, jetzt kann ich auch 5 Euro ausgeben. Dafür hat sie dann diese My Little Pony Schlüpfer. Ich kann euch ja mal einen rausholen, damit ihr mal seht, wie groß. Also ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, weiß ich nicht. Wo jetzt sieht es riesig aus? Ähm, ja, keine Ahnung. Aber Mia ist ja auch schon groß. Also manchmal denke ich, Mia ist noch mein kleines Baby. Aber irgendwie ist sie es nicht mehr. Also ich glaube, die passen. Die sind dann halt nicht hauteng, sondern vielleicht ein bisschen labberig. Und ja, Mia hat neue Schlüpfer. Dann habe ich was für mich gekauft. Und zwar Handschuhe. Ähm, ich mag nicht alle Handschuhe. Ich bin, wie genau mit den Kissen, ich bin da so ganz komisch. Also diese ganz normalen, gestrickten Handschuhe mit diesem ganz normalen, gestrickten Stoff, die mag ich überhaupt nicht. Die, ich finde die kratzen und ich mag auch nichts Gestricktes oder sowas anziehen. Ähm, aber hier gibt es zum Beispiel diese Handschuhe. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber das ist so ein spezieller Stoff. Ich weiß nicht, wie dieser Stoff heißt. Oder diese, ja, das ist so ein Stoff. Ähm, könnt ihr, wenn ihr das wisst, könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde, weil der hier ist total weich und kratzt nicht. Hier steht auch nichts drauf, glaube ich. Hier steht nur hellgrau, eine Größe. Die haben jedenfalls 1,50 Euro gekostet. Und ich finde 1,50 Euro für Handschuhe echt günstig, weil die verliert man ja auch öfter mal, ne? Oder sind in der Wäsche oder man hat sie gerade nicht da. Und ich finde, man braucht auch mehr als ein paar Handschuhe, weil, ähm, ja, die halt mal verloren sind. Deswegen habe ich einmal diese hier gekauft. Die wollte ich eigentlich in schwarz haben, aber in schwarz hatten sie sie nicht. Die hatten die nur in grau und ich glaube so in so einem rosa Ton. Und dann habe ich sie lieber in grau genommen. Ähm, und dann habe ich aber noch diese hier gesehen. Seht ihr die? Die sind so, auch kein Standardstoff. Ähm, so ein, wie nennt man denn das? Das ist so ein wuscheliger Stoff. Ich sag mal wuschelig. Ähm, in weiß. Weiß ist natürlich auch nicht so toll. Das wird halt total schnell dreckig. Ähm, aber sie sind überhaupt nicht, ähm, sie kratzen überhaupt nicht. Sie sind ganz, ganz kuschelig weich. Ähm, und haben zwei Stück, also das sind zwei Paar, also insgesamt vier Handschuhe, ähm, auch für 1,50 Euro. Und da dachte ich mir, jetzt habe ich drei Paar Handschuhe. Wo meine alten vom letzten Jahr sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt drei Paar Handschuhe. Und das müsste, glaube ich, reichen. Weil wir haben nämlich am, am Donnerstag, ich weiß nicht, wann ihr dieses Video sehen werdet, aber auf jeden Fall am 9.11. haben wir, ähm, Laternenumzug im Kindergarten. Und, äh, wir waren gestern schon mit der Laterne draußen und es ist ein bisschen kalt in den Fingern. Und deswegen will ich auf jeden Fall Handschuhe haben. Sie mussten hier unbedingt mitkommen. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sortieren, was jetzt alles wem gehört. Das ist Mia, 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 ähm, das ist, glaube ich, Belle. Und das ist Mia. Ich schaue mal, ob ich jetzt alle von Mia habe. Ähm, ich habe für Mia ganz normale, so eine Art Basic-Pullover geholt. Die sind halt dünn, das sind keine dicken Pullover. Aber Mia hat ja auch immer eine dicke Jacke drüber. Oder, ähm, wenn es ganz, ganz kalt wird im Winter, hat sie noch so eine, ne, Jacke, so eine Fleece-Jacke sozusagen nochmal drüber. Aber für den Kindergarten finde ich das okay, weil die sind langärmlich und, ähm, ja, es ist halt nicht zu warm. Im Kindergarten wird auch immer gut geheizt und so. Und da habe ich diese hier gekauft. Ähm, also es sind so eine Art Basic-Oberteile, kann man schon sagen. Obwohl Basic ist für mich eigentlich so schlicht schwarz zum Beispiel. Das ist Basic, aber, also die haben alle den gleichen Schnitt, aber halt andere Muster und was anderes drauf gedruckt. Ähm, die laufen auch immer so ein bisschen ein. Die werden ein bisschen kleiner. Ich war mir bei der Serie Größe auch nicht sicher. Ich habe Größe 140 genommen. Hier steht neun bis zehn Jahre. Aber, ähm, das letzte Mal hatte ich 128 und ich bin der Meinung, dass 128 schon ziemlich eng aussieht. Also, es passt noch, aber es sieht so eng aus. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn das zu eng aussieht. Und dann dachte ich mir, dann überspringe ich die 134 und kaufe gleich 140. Ähm, und dann habe ich immer dieses Oberteil geholt. Da steht drin, be your own kind of beautiful. Und das fand ich ganz cool, weil so ein Muster hatte sie nämlich. Es ist halt so schwarz-weiß-grau und halt so Blümchen. Und es hat drei Euro gekostet und wird schon passen. Ich habe also alles in der Größe gekauft. Alles in Größe 140 eigentlich von diesen Basic-Shirts. Das ist zum Beispiel für mich so ein typisches Basic-Shirt. Das ist auch wieder, in der Kamera sieht es roter aus. Also, das ist so ein ganz dunkles Weinrot, würde ich sagen. Mit kleinen Herzchen drauf. Und das finde ich auch total süß. Und das hat auch drei Euro gekostet. Also, ich glaube, die haben alle drei Euro gekostet. Auch bloß 140. Dann habe ich dieses hier gekauft. In Grau und da steht auch was drauf. In so silberne Schrift steht da drauf. Squad Golds. Naja, keine Ahnung. Steht jedenfalls drauf. Ich finde es schön. Ich finde es nicht zu auffällig. Da gab es auch welche mit ganz viel Gold und Glitzer und sonst was. Das fand ich dann irgendwie schon too much irgendwie. Und dieses hier finde ich dann ganz schön relativ schlecht. Drei Euro, genau. So, dann habe ich noch dieses T-Shirt hier gekauft. Mit einem Einhorn drauf. Das ist ein T-Shirt. Das ist hinten ein bisschen länger als vorne. Das sieht man hier ja ganz gut. Und auch in rosa. Ihre Lieblingsfarbe. So ein T-Shirt hat sie sich schon die ganze Zeit gewünscht. Letztes Jahr. Das war runtergesetzt von 9 Euro auf 3 Euro. Ich denke mir immer, für 9 Euro ein ganz normales stinknormales T-Shirt finde ich immer so ein bisschen blöd. Weil kommen schnell Flecken drauf. Dann wird es schnell zu klein. Oder geht es kaputt oder sowas. Aber hier ist, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Hier ist halt ein Einhorn drauf. Und man kann das so hochwischen. Ich mache das jetzt einfach mal. So. Funktioniert nicht überall so richtig. Aber ja, ihr könnt es erkennen. Jedenfalls kann man das hochwischen. Und dann ist da ein Panda-Ber drauf. Und dann kann man es auch wieder runterwischen. Dann ist es wieder ein Einhorn und so. Und so ein T-Shirt hat Mia sich schon die ganze Zeit gewünscht. Weil ihre Freundin Amy hatte so ein T-Shirt. Ich glaube mit so einem Smiley oder sowas. Und das wollte sie unbedingt haben. Aber mir waren eigentlich 9 Euro für ein ganz normales T-Shirt. Immer so teuer. Und jetzt für 3 Euro. Und das kann sie halt auch jetzt noch anziehen. Vielleicht ein Pullover drunter. Oder auch wenn es mal zum Sport oder sowas. Und ich glaube, dass es nächsten Sommer auch noch passen wird. Weil es noch relativ groß ist. Das ist aber Größe 134. Weil das fand ich jetzt irgendwie relativ groß. Jetzt habe ich hier ein paar Pullover für Ben. Und da war ich mir auch nicht sicher bei der Größe. Ich hatte ein Vergleichsstück mit dabei. Ein Pullover, der ihm ja hauteng ist. Also wusste ich, dass ich ungefähr eine Nummer größer holen muss. Diese hier sind etwas breiter, finde ich, geschnitten. Also die sind viel, viel breiter als das andere. Und auch länger. Das ist Größe 92. Und ich bin gespannt, ob es ihm schon passt. Also es sieht irgendwie sehr groß aus. So ein Hustenanfall später. Ich bin gespannt, ob es ihm passt. Es sieht sehr groß aus. Aber ja, keine Ahnung. Hier steht cutest kid ever. Also süßestes Kind ever. Und ja, das finde ich so grau. Finde ich steht ihm sehr gut. Dann habe ich auch noch mal ein anderes graues geholt. Weil ich finde, grau ist eigentlich seine Farbe. Mit sowas roten drauf gestrickt. Troublemaker. Genau. Das passt ja irgendwie auch ein bisschen zu Ben. Die haben übrigens alle, ich glaube, 2,50 Euro gekostet. So ist 92. Dann fand ich dieses hier, die Farbe fand ich auch so gut. Also das ist halt, es ist halt ein Grau, aber eher so ein dunkles Grau. Mit Schwarz vorne dran. Awesome steht da drauf. Fand ich auch richtig niedlich. Und dann habe ich diesen Pullover gesehen. Den habe ich bei Katrin gesehen, bin ich der Meinung. Also ich bin der Meinung, dass es der gleiche. Jedenfalls mit T-Rex hat sie nämlich noch gesagt, dass ihr Sohn T-Rex total gerne mag. Also Dinosaurier. Und das habe ich dann auch noch mal geholt. Das ist halt eher so ein Weihnachtspullover. Mit, wie könnt ihr das sehen? Da hat er so eine Weihnachtsmütze auf. Das fand ich irgendwie auch niedlich für Jungs. Also Ben ist jetzt ja noch kein Fan von Dinosauriern. Aber ich fand es irgendwie süß. Habe ich auch mitgenommen. So. Ah, hier sind die anderen paar Socken. Hier sind die. Die sind auch einmal weiß. Aber ich habe immer versucht, dass nicht so viele weiße Socken dabei sind. Habe ich euch ja gesagt, dass es eher grau ist und schwarz. Und ja, diese Socken hatte sie auch noch nicht. Weil es ist nämlich auch total doof, wenn wir eine Sockenfarbe haben. Zum Beispiel so ein Muster, pinke Socken oder so in drei verschiedenen Größen. Dann kann man die nämlich nicht mehr auseinanderhalten. Und das ist mir auch total schrecklich. Deswegen habe ich die hier gekauft. So, es wird langsam leerer in meiner Tüte. Ich habe noch mal eine Leggings geholt. Die gab es irgendwie nur in 128. Ich glaube, die ist mir ja zu groß. Es ist so ein grau. Ein dunkelgrau. Ich glaube, sie ist ihr zu groß. Aber dann werden wir noch mal warten. Leggings kann man ja irgendwie immer gebrauchen. Die haben 2,50 Euro gekostet. Fand ich jetzt ganz okay. Dann habe ich hier, glaube ich, noch ein Pullover. Aber ja, der war noch ganz unten. Auch noch mal 140 mit einem Einhorn drauf. Und sie liebt die Einhörner und findet das total toll. Deswegen habe ich das auch noch mal gekauft. Auch für 3 Euro. Und dann war das hier im Angebot. Das ist ein Nachthemd, ein ziemlich langes. Da steht Hashtag Napqueen drauf. Und es ist so ein Babyblau. Das finde ich auch ganz süß. Und das war auch von 6 Euro auf 3 Euro runter reduziert. Wo auch immer das jetzt steht. Es war auf jeden Fall reduziert. Irgendwie steht es jetzt hier nicht mehr drauf. Aber für 3 Euro dachte ich mir, können wir ja mal mitnehmen. Und das finde ich ganz süß, weil Mia liebt Nachthemden. Also sie ist jetzt kein Mensch, der jetzt so gerne richtige Pyjamas anzieht. Also an den Hosen. Sie will das gerne, dass die Beine nackig sind. Und sie liebt halt Nachthemden. Und wir haben zwar noch ein paar, also wir haben eigentlich genug Nachthemden. Und ich dachte, für 3 Euro können wir es mitnehmen. Und das ist auch größer. Das ist auch Größe 100... Weiß ich jetzt gar nicht. 134. Also es ist relativ lang. Und wird auch noch, ich glaube, ein halbes Jahr passen oder so. Und ich finde es halt gut, dass es irgendwie kurzarm ist. Wir haben nämlich zwei Nachthemden, die langarm sind. Und ich finde kurzarm halt auch immer schön. Selbst im Winter finde ich kurzarm schön. Und das finde ich jedenfalls besser als einen ganz normalen Schlafanzug. So und jetzt habe ich die letzten Sachen für euch. Das ist so ein bisschen Schmuck mäßig. Ja, wenn ihr Mia kennt, dann wisst ihr ja immer, dass ihre Haare überall rumfliegen. Und deswegen braucht sie Haarspangen. Und hier sind immer zwölf Haarspangen. Also diese ganz normalen Haarclipdinger, die sie immer so benutzt. Da sind immer zwölf Stück drin für 1,50 Euro. Wir verlieren die ja auch öfter. Diesmal habe ich mir vorgenommen, so eine kleine Tupperdose zu nehmen. Und die immer in diese Tupperdose reinzupacken. Da sind da zwölf Stück drin. In schwarz, weiß, silber sozusagen. Dann habe ich nochmal hier rot, weiß und blau gekauft. Und dann hier, die hatten wir auch schon mal. Die finde ich auch richtig cool. Da sind zum Beispiel hier diese hier. Jetzt zeige ich euch mal. So, sieht so ein bisschen leopardenmäßig aus und golden. Und das findet sie auch mal ganz toll. Und die habe ich auch nochmal mitgenommen. Also insgesamt hat sie jetzt über 30 Haarspangen neue. Und dann könnten wir ihre Frisuren wieder schön machen. Und das ist halt nicht, ich finde es halt nicht so schlimm, wenn da mal eine verloren geht oder sowas. Weil 1,50 Euro für so viele, das geht einfach. Aber deswegen habe ich sie immer mitgenommen. Und dann habe ich noch was für mich gekauft. Einmal diese Ohrringe, die habe ich schon. Könnt ihr sie sehen. Also ich mag hier so Kreolen. Kreolen heißen die, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt auch welche drin. Die sind ein bisschen schwerer halt so. Diese, die ich gerade drin habe. Die habe ich jedenfalls schon. Genau die gleichen. Die haben 1,50 Euro gekostet. Also ja, aber ich mag die halt so gerne. Und ich habe immer Angst, das sind meine Lieblingsohrringe. Und ich habe Angst, dass ich die verliere. Und deswegen habe ich gedacht, ich kaufe die einfach nochmal. Und dann habe ich sie einfach nochmal zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich, ich mache die ja nicht immer rein. Ich mache die ja nur rein. Keine Ahnung, jetzt wo ich schön sein will für euch. Aber ich dachte mir, ich will so Alltagsohrringe haben. Einfach so Stecker, die ich quasi immer drin habe und auch nicht rausnehme. Und dann habe ich diese hier gesehen. Das ist so ein ganzes Set. Hat 3 Euro gekostet. Und da sind halt unten auch so kleine Mini-Kreolen. Und hier oben, ja, sind dann halt so Ohrstecker. Und die haben halt 3 Euro gekostet. Und die sind halt einmal in ganz normalem Gold, einmal in Silber und einmal in Rose Gold. Und ich habe noch gar nichts in Rose Gold, aber ich finde Rose Gold eigentlich so schön. Ich dachte mir, für 3 Euro, ich will es einfach mal ausprobieren. Ich weiß auch gar nicht, ob mir Gold überhaupt steht. Also ich habe früher Goldschmuck gehabt. Also meine Oma und Opa, die haben immer eine goldene Kette für mich gekauft oder so. Aber meine Mama ist eher so Silberschmuck. Und deswegen bin ich dann eigentlich auf Silberschmuck umgestiegen. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob es mir steht. Aber ich dachte, für 3 Euro kann ich es ja einfach mal ausprobieren. Genau. Und ja, das war es eigentlich mit meinem Haul. Ich zeige euch mal hier das Ausmaß nochmal. Da sind die ganzen Sachen. Die muss ich jetzt natürlich alle noch waschen und Schnipsel abmachen. Das ist natürlich auch mal eine Arbeit. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe, wie gesagt, ungefähr 78 Euro, glaube ich, ausgegeben. Ich schaue mal. Ja, hier ist der Bon. 78,30 Euro. Und die haben mir gesagt, ich kann das alles umtauschen bis zum 31. Januar. Die haben jetzt drei Monate Umtauschrecht. Das finde ich ein bisschen krass. Die machen halt wegen Weihnachten und so. Aber ja, ich glaube, ich behalte alles. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwas zurückgeben möchte. Aber ich finde es trotzdem gut, dass die halt so ein langes Umtauschrecht haben. Und ja, das war es damit. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Schaut übrigens mal bei Katrin vorbei. Ich verlinke sie euch auch nochmal hier hinten im Hintergrund. Ähm, und dann, äh, ja, wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.